Da ist... Herr damit! Ja, das verkauft die irgendwo in Berlin, was sie da jetzt ablichtet, ne? Sie hat mir gestern allen Tricks erzählt. Was ist das? Was das geilste ist, bei uns, wo sieht noch die Wäsche drunter, ne? Ich meine, ich mach das, Frau Günther, so weit hin, ja? Mach es weiter! Schneller! Ist vorbei jetzt, Kathi? Was? Komm jetzt nochmal wieder zurück. Ne, ich mach nichts mehr jetzt, Kathi. Ist gut jetzt.